Eine neue Geschichte auf einem neuen Platz Eine neue Erkenntnis eines menschlichen Lebens In der Natur des Menschen liegt die Veränderung, der ständige Wandel In der Natur des Menschen gibt es keine geraden Linien Es gibt nur Kreisen oder Wellen Wenn sich aus einer Welle ein Kreis beendet, dann bildet sich die eigene Achse 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Chance dede zu einer Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.